Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Amtsgamern, wir spielen mit der Kollege Wasti, ich spiele wieder wie angekündigt die Corvette und ja, scheinbar haben die Jungs mit denen wir spielen sich dazu entschlossen da jetzt an der Flagship Rush oder irgendwas zu machen, wir spielen nämlich jetzt ich mit der Corvette und mit vier Flagship Rush. also ich bezweifle, dass das gut geht, aber gut, dass man es besser belehren, nicht wahr Kollege Wasti? So ist es. Zumindest du bist einmal auf der sicheren Seite. Haha Ah, es wird sehr hart sein. Geschwissel Sieangen ähm Wagen Wagen Freak zählst du Nord-Zommern. Äh, was ist? Basti, muss der Blut, muss zurückgehen, da ist er. Ich werde das nicht schaffen, ich werde probieren die auffallen. Danke. Du hast eine Deck von dem Sniper. Ja, ich werde das nicht machen. Oh. wir können nur leider wir probiert so lange wie möglich auch für hier noch ist der Mann gekloppt der mich durchschaut diese Schweine Achtung ja nicht so vor war schon das ist gut das ist gut den Hunter müssen unbedingt tun das geht das sieht nicht aus das sieht sich nicht ausgauen der fahrt an unserer Base ist einfach nur Ringer zu dem im schießt auf mich ich weiß nicht was der macht hilfst du den Typ mir ich kann doch nichts machen mich schießt der Sniper schießt auf nütz Was ist das? Alter, hör den Hund ab und nicht so auf. Die machen so viel damage. Ich bin tot. Ja, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war mit Fjordsnäckchips. Was ist denn das Ahiler aufheilen? Kein Dauer. Lebst du noch? Na. Egal, wir müssen jetzt Gamma gehen, ne? Du kannst eine... Das wird bald immer kommen. Bis jetzt, ja. Okay, Gamma. Das war eine Maravichne. Das war eine Maravichne. Das war eine Maravichne. Squad, lieber report, save. Return. Hehehehe Du bist nicht, du bist doch Das ist dann der Base Oh, ich bin nur noch 100 Energie Ich tue da die ganze Zeit hielen und schon da mal wie viel Energie hab Squad-Lieber-Report nicht zurück Ja, das so mal voll, ne? Hala Das Problem ist, die Hunde sind halt jetzt einfach viel zu schnell, ja? Reflexschiffsdruck ziemlich langsam sind Ah 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 The drone's on, that way. Watch my reports by the support. 6 4 4 5 6 4 5 6 5 5 6 7 Es geht rein, Dett. Kammer? Oder? Moncum Kammer? 3 Sekunden ist glaube ich da schon gestanden. Achso, ja, dann spring mal. Oh mein Gott. Squad, leave a report, safe return. The drones are clear. Sehr schön. Springen wir gleich auf B2 dann, gell? Wow, fuck. Da war noch eine, gell? Mhm. Die sind ja nicht ins unsere Base gesprungen. Ja. Willst du gleich direkt in die Base springen und... Äh, warte mal, da ist jetzt einer. Da ist ja schon einer gestorben. Wo springst du hin, Dess? Ja, sicher, sicher. Ja, sicher, sicher. Jet Prop officials sind Absatzsäger. Der Dross ist aufhauen. Die Drossoni wird verladen. horsepower hat sichtaa. Oh Gott, ja gut. Da beginnen. Schnittbar! Oh Gott. See. chilled weg disunkin. so gehen wir jetzt an gehen wir auf Alpha unbedingt Alpha 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 Alphaah Die Gäste sind klar Warte, denke ich Ist der Sniper jetzt zu weit zurückgeflogen? Ja Und der ist schon wieder da Oh, die Hunde sind jetzt alle da Ja Fliegt sie vor Wollen wir eine Feine Was haben wir jetzt noch Der Squad landet Dann jetzt hole ich ihn Hier kommt so ein Olegama Ja Geh aufm Hunter, geh aufm Hunter, geh aufm Hunter Ach nie Ja Ich kann nichts machen Leider Für ein Angriff ist das Ding nicht ausgeliehen Ich verstehe nicht warum die Gamma gesprungen sind Na Ja Da hätten wir jetzt Wenn wir jetzt alle gewesen wären Wollen wir da schön durchfliegen können Können sie halt wieder in unser Base springen Ja deswegen wären wir gleich auf A2 lang Ich würde aber warten bis du da bist Weil sonst das kann sein Ich brauche noch 25 Sekunden Ja Okay Dann kommen wir in unser Base Ich brauche noch 10 Sekunden jetzt Ja Ja Ich spring gar mal Ja Und jetzt kann man eng noch mal Das sollte der kommen Ne Bei mir ist gestanden, dass Gamma in 10 Sekunden kommt. Echt? Ja. Ja. Hat sich gezeigt, dass die Flaggschiff Variante nicht mehr funktioniert? Naja, nicht mehr. Ich glaube, dass das einfach keine gute Idee ist, weil du überhaupt gar kein schneller Schiff drin hast. Und ich alleine kann aber keine vier Flaggschiffs halten. Du kannst maximal eins ordentlich halten. Wenn die die aufs Korn nehmen und auch noch ein Sniper dort ist, ist echt schwer. Naja, gut. Macht ja nichts. Würde ich sagen, beenden wir das wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.